Was machst du da? Mach mal kurz lautlos. Achy, was machst du da? Ich übe. Warum jetzt? Weil ich üben muss. Warum? Weil du bald was? Kann ich dir nicht sagen. Warum? Lass mich doch in Ruhe üben! Warum kannst du mir das nicht sagen? Kann ich dir nicht sagen. Behaltet für euch. Ich sag nur euch beiden. Ich bin doch hier. Warum lachst du? Behaltet für euch. Ich treff mich bald mit einem Sänger. Achy. Achy. Was? Mit welchen Sänger willst du dich treffen? Was? Mit welchen Sänger willst du dich treffen? Warum erzählt ihr ihm? Du hast doch gerade erzählt dir. Warum lachst du so? Du hast doch gerade erzählt. Was habe ich erzählt? Mit welchen Sänger willst du dich treffen? Du warst doch gar nicht da gewesen. Ich war doch gerade hier. Ich will mich verarschen. Ich bin doch hier. Aber sei nicht sauer. Warum soll ich sauer sein? Draco. Wer ist Draco? Warum lachst du? Wer ist Draco? Auf zu lachen. Wer ist Draco? Er singt immer. Ja was singt er denn? Er macht Auge auf Mädchen. Er macht Auge auf Mädchen? Auge auf Mädchen. Ich kenn das Ding nicht. Er macht immer so. Ich mach Auge auf dich. Du meinst I got my eyes on you? Auge! Er macht Eis. Dieses I got my eyes on you. War nicht diese. Machst du mich verarschen gerade? Das ist Drake. I got my eyes. Er heißt Drake, aber er heißt eigentlich Draco. Er heißt Draco. Draco heißt er! Mann, was quatschst du wieder für eine Scheiße? Was war eine Scheiße, Mann? Letztes Mal auch. Du sagst du warst die Bombe bei Counter Strike. Hast du nicht gesagt zu mir, ich hab Bombe gespielt? Ja, du hast Bombe gespielt. Du bist gut, Janne. Nicht du warst die Bombe. Ich war Bombe. Ich war sauer. Ich bin explodiert. Mann, was quatschst du wieder für eine Scheiße, Mann? Was war eine Scheiße, Mann? Auch letztes Mal. Usain Bolt ist Iraker, sagst du. Usain Bolt. Usain Bolt? Usain Bolt. Er ist halb Iraker, halb Sudaner. Was quatschst du da? Er ist Jamaikaner. Er ist halb Iraker. Er rennt immer von Puma weg. Er hat Puma gefangen, aber. Und hat auch seinen Linkster gemacht. Deine erste Karte? Warum quatschst du so eine Scheiße? Er ist der Cousin von Barack Obama. Er ist der Cousin von Barack Obama. Barack Husain Obama. Sie haben gleiche Namen. Dein Kreis gerade? Ja. Der von Amerika, der Präsident. Von USA. Quatsch, nicht so eine Scheiße. Was für eine Scheiße, Mann? Wisst ihr was? Nichts kann man euch sagen, vertrauen. Ich vertraue euch nie wieder. Ich erzähle euch was. Und ihr erzählt ihm gleich weiter? Ist das dein Ernst? Du hast doch gerade erzählt. Du warst gar nicht da gewesen. Nächstes Mal warst du nicht dabei gewesen. Ey! Ich, ey, ey, ganz kurz. Was? The Rock ist nicht Palästinenser. Er ist Palästinenser. Gleich du wirst es sehen im Fernsehen. Es ist mir natürlich, wenn es zur Zeit vertreint ist, der Ölteinenser, mit dem Ansatz kaputt ist. Und das ist ein großes Leben, Und das ist ein wenig. Ohne Wann. Daher ist das, wenn es die Zeit. Und das ist ein sein.